So, wir sind jetzt hier im Schlafverrohr, oder? Schlafverrohr, hm, wir sind guter Ich denke, dass ich genau sagen, was das ist Wo ist das? Ich kenne ja erstes, aber ich weiß, das Ding da oben Ah, er geht weg Ach, scheiße, das ist ganz kurz eben nett, also Ah, oh Ah, das war dieses Scheiße Das muss ich nicht so hören Schlafverrohr Montag geht voll auf ein Schlafverrohr Schlafverrohr werden ihre Opfer nur für eine bestimmte Zeit in Schlafverrohr, also Vorsicht Bewegen Sie sich mit den Notordnings WS, A, 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 A Ziele mit dem Aus Auf Feinde und Drücke werden in den Kopf Schlafverrohr Schlafverrohr Janne ano Schlafverrohr WS WS Aus WS 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 Ich schätze, ich schätze, ich schätze. Danke. Ah, ich hole es hier jetzt, oder? Ah, ok, so. So, schnell ein Expresso. Schnell alle helfen! Wir schlafen ja endlich lange. Warum haben sie denn alle am Ende? Und das ist dann nur ein See oder so, kann man? Wieso fühlt sich das tonisch? Hä? Hallo? Ach, da sind Schalter! Ja, da sind... Nein! So, habe ich das alte? Keine Säule oder nicht? Ich habe das viel schlimmer in Erinnerung. Ok, alles. Na gut! Boah, wirklich Kackklappe, was? Ok. Inzwischen erreichen Abe und seine Kumpels den großen Brunnen. Also, ich weiß ja nicht so recht. Komm schon, Abe. Du willst doch diesen Gabbit kriegen und deine Brüder retten, oder nicht? Ja, aber findest du nicht, dass es viel zu hoch ist? Ist doch ein Klacks! Ist doch ein Klacks! Kinderspiel, Abe! Du musst einfach reinspringen! Aber, der macht Angst der Brunnen! Nix, was wir nicht hinkriegen! Komm schon, Abe! Wir sind direkt hinter dir! Direkt hinter dir, Evi! Versprochen? Versprochen, Abe! Jetzt los, sonst ist es zu spät! Ok, los geht's! Sollte Freunde haben wir doch gerne! Das ist zu hoch für mich! Solche Freunde haben wir doch gerne! Autsch! Spaß! Ahaaaaaaaaaahhh! Doaaaaaahhh! What?! Boah! Das war schnell. Wifiess! Denkt er nicht auch, dass wir sie, naja, zurück zum Rosini bringen sollten? Äh, ne. Ja, wie gesagt, solche Freunde hat man gerne. So, und jetzt haben wir endlich aufeinander getroffen... aufeinander getroffen. Hallo, hey. Jetzt können wir mit halt noch wechseln. So, mach ich lass mal so. Hey, Mensch. Hallo, hey. Hey, Mensch. Was ist denn los? Ja, alle! Hallo, hey. Tja. Hey, Mensch. Hallo, hey. Hallo, hey. Hey, Mensch. Oh Gott, das ist ja sowas. Hallo, hey. Hey, Mensch. Das ist immer nur dieselbe Audio. Okay, guck mal, jetzt mal mit ein bisschen Schnackes. Jetzt alle an, ich bin gleich zurück. Was auch immer. Okay, an die Arbeit. Wird nicht passieren. Ist der mehr hier? Wird nicht passieren. Schlapp sie. Ah, das glaub ich nicht. Schlapp sie. Ah, das glaub ich nicht. Du bleibst besser hier. Was auch immer. Keine Angst, bitte gleich zurück. Was auch immer. Hey, Mensch. Halt vor los. Au. Oh, ups. Und zwar folgt er mir jetzt. Ja. Los geht's. Hm. Ja. Es ist alles einfach. Da müssen sich so alle zwischen Ape und Ape und Ape und Ape. Das hab ich ja schon. Ja, hier. Okay, hör zu. Hallo Ape. So, das haben wir Ape und Ape. Und jetzt. Danke. Du bist doch sicher etwas. Aber es gibt auch noch kurse Barsch. Das ist aber nur glücklich. Wie weit dafür gehen wir jetzt hin. Und jetzt hinten. Ich bin aber nicht ein paar Versuch. Ähm, 41. ein paar wichtige Dinge mitzuteilen. Aber um Rosinis Höhle zu finden, werdet ihr erst einmal durch ein paar Slockhütten schlocken müssen. In den Hütten findet ihr Mudokons, die dazu gezwungen werden, Slocki Häufchen aufzusammeln. Rettet die Mudokons und die Fuzzles und geht dann zur ersten Slockhütte. Okay, also wieder Mondarkness und Fuzzles retten. Auf dem Weg zu Rosini. Also noch ein paar kleine Nebenaufgaben. Ape und Munch müssen sich umeinander kümmern. Falls einer von ihnen seine Gesundheit vollständig verliert, kehrt sein Geist in Form eines Eis eines Eis zurück. Also hier. Um ein Ape oder Munch wieder ins Land der Lebenden zu bringen, stell dich neben das Ei und drück's bei dir vor. Also falls einer von den beiden stirbt, sag ich mal oder so der Kollege hier stirbt. Muss ich mit Ape hier hingehen und dann Space rücken. Dasselbe aber auch umgekehrt. Sagt man müssten... Man isst erst zu sagen wirklich Game Over wenn beide tot sind. und dann ist das Game Over. Und dann ist das Game Over. Wenn beide tot sind. Dann ist das Game Over. Der großmächtige Rosini hat eine kleine Überraschung für Ape. Die Übernahmefähigkeit. Von nun an hat Ape die Fähigkeit diese Industriepunks schon von Weitem zu übernehmen. Nutze diese Kraft weise. Weitere Es ist mir leid, der bei dem... WTF? Ich hab dir wahrscheinlich nochmal erklärt. Was Albe kann den Chanten? Ape kann seine Freunde durch... Seine Freunde übernehmen. Ape ganz gefährlich. Seine Feinde durch Bruce übernehmen. Chante um einen Übernahmekristall zu erzeugen. Je länger Ape chantet, desto größer wird der Kristall und desto weiter kann er reisen. Bring ihn zu diesem Sneak und übernehmen ihn. Um ihm wieder Freize zu geben, chantest du erneut. Das hab ich schon gerade eben gemacht eigentlich. Okay, hört zu! Alle mal zuhören! Alle mal zuhören! Hallo, ey! Hey, komm runter! So, komm doch! Komm mal mit! Jesus Christ! Oh, ich weiß! Ist halt, dass der Komoot aber nicht übertreibt ist. Na gut, dann bleibe ich mit Ape vor dem ersten Mal leider hier stehen bleiben, anscheinend. Wie ist man mit Monschreiter? Weil nur Erdkernströme. Ape! Ape! Mut, sonst will Federn dort mal nicht zu retten! Die sind im Einklang mit der Natur! In dieser Gegend müssen nur Fuzzles durch die Portale gerettet werden! Die sind im Einklang mit Monschreiter! Ah, okay! Annen wir hier nicht zu retten! Aber... Men nicht so, wie ist es denn? Hey, stinker! Hey, stinker! Ah, ich bin nicht so, wie hier! Hey, stinker! Hey, stinker! Hey, stinker! Hey, stinker! Hey, stinker! Hey! Okay, ich finde die Stimme passt zu denen irgendwie nicht so. Die Stimme passt einfach so gar nicht zu denen. Hey, what the fuck? Was? So, zack! Ich finde die Stimme passt nicht zu denen irgendwie... Das ist... Rögt Ezer! Und was jetzt? Mach dir keine Sorgen! Wenn Apes... Wenn Apes oder Monschreiteres... Wortwort verlässt, kann... Er kann... In deinem Nest wieder weg werden. Wenn du ein Ei in deinem Nest liegen siehst, stell dich direkt davor und... Drück Spacebar! Ah, jetzt wird's... Ja, das war eigentlich jetzt... Alles Teil des Plans... Ich wollte euch nochmal zeigen... Wie das dann aussieht... Und zwar jetzt ist er hier... Spacebar... Und da ist er wieder... Ich kenne die Stimme... Ich kenne die Stimme... Ich kenne die Stimme... Auch wenn ich den Charakter gewechselt habe... Ok... Ah, jetzt sind wir schon da... Wie viel zu doof da stehen ist... Hallo... Hallo... Ey... Kuck mal weg von dem Stein... Ok... Und noch drei... So, jetzt das ganze Schwimmen... Aber bitte noch mal. Ach, da hinten gibt es einen Zad da. Ah, okay. Stimmt. Na komm. Du wirst doch wohl Zad. Hilfe! 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 Ich bin tot! Okay, das war... Alter, ich stimm's aber nicht so dran. Und nochmal retten. Weil wir's können. So, dann muss ich mal eine Aufnahme drücken. Äh, ja. Fisch die Möte. Ähm, so. Ab... Space! Ich hätte die richtigen Fischungstasten da drücken. Oh. Das wollte ich jetzt nicht machen. Wollte ich nicht in die Mine werfen. Es ist noch ein bisschen weg von hier. Aber das heißt, ich kann Minen direkt runter, sonst wäre ich jetzt so angefallen. Sonst wäre ich jetzt nicht als Minen angefallen. Äh, ja, das wäre nicht so gut. Minen, kaboom, nicht gut. Was ist das? Ja, das ist das. Ich habe das ein ... Okay, was ist das? Was ist das? Was ist das? So, ich hab's noch nicht gehört zu sehen. Okay, keiner ist gestorben. Das heißt, alle mit mir. Was ist das? Das lachst du sogar nicht. Nein, nicht. Du darfst besser hier! Schlapp sie! Schlapp sie! Schlapp sie! Schlapp sie! Alle! Ja, ja. Manche Madagten sind nicht so ganz beisammen. Wie zum Beispiel der... oder wahrscheinlich einige Madagten sind ja. Ähm... Oh, ich spiele nicht mit dem Ries. Ach, er stimmt. Aber Rollstuhl, mit dem ist man... ein bisschen schneller, sag ich so. Kann keiner springen. Aber wenn man aus Turo hört, ich bin beliebt bei dem Rollstuhl. Beziehungsweise aus dem Rollstuhl raus, das ist ja logisch. Und da kann ich es wiederbeleben, aber ich kann keine Kassels wiederbeleben. Da dürfte eigentlich schon noch einer da hinten sein. Was? Was für ein... Okay. Der hat mein... Nein! Das war schlappig! Das war schlappig! Das war schlappig! Ich wollte nicht speichern, weil gerade einer gestorben ist. Äh... Äh... Okay. Das finde ich ja verwirrend von hier an. Na komm! Ein von euch rein! Hey, Mann! Come on! So, der Anfang kriege ist aber ein bisschen schneller. Ein bisschen besser als sonst. Ich bin zuerst. Ach, da ist sie ein bisschen. Oh! Es ist ein bisschen. So. Äh, das war schieß. Nein! Hallo! Hallo! Hier! Ich steh doch davor! Nein! Hallo! Ich will ein Mann aufheben! Nicht zu diesem Stein gehen! So, komm her Mann! Dann gehen wir ein bisschen weg vom Stein. So, jetzt gibt's die Schiff. Ja, das wird noch ein bisschen schneller. Komm, komm, komm! Komm, komm, komm! Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Oh, sch... Oh, du Schlicks! Haben die Klappe? Naja, das ist so der Humor von dem Schlicks. Aber dann? Selber um Wildbeschein! Alter! Come on! Na, komm! Komm! Nur Semistärbe! Ich weiß nicht, wir stehen jemand da kurz. Doch sofort! Double Kill! WTF? Hey, fast er hat dich vergessen! Der Großmächtige aus... Der Großmächtige aus... Aber was sagst du immer? Nein, Respekt! Nein! John, Respekt! Nein! So! Äh... Äh... Hä? Sie müssen doch aufheben! Da! Der drückt meine Nase! Oh, das war ja super! Noin! So! Jetzt! 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 Okay, jetzt! Oh, manch! Manchi, manch! Manchi, manch! Noin! Unvorsichtig! Yo! Unvorsichtig! Yo! Unvorsichtig! Ich glaube da hinten... Ja, da ist... Oh, sind das welche, die schießen? Ne, die haben Schlagstoffe immer. Oder? Das ist aber die Stimme eigentlich gar nicht! Schlagstoffe! Die sind auf diesen Inseln. Weil das Blitz an sich können wir auch nicht werden. Wenn man so wahrscheinlich nicht sein sollte man. So, der ist noch mal schon rein. Oh! Folge mir, meine Fuzzle-Brüder! Ach so, du. Modar kann nicht progressieren. Du warst sie immer auf Ape! So, kommen doch alle hinterher! Also keine Ahnung! Ich bin halt ein bisschen langsam. Ist doch schnell! Ist doch langsam! Schnell langsam! Okay, jetzt muss keiner gestorben, ich will sagen. Ich könnte sie auch hier retten. Komm, 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 komm. Ich würde den Eich fließen gehen. Ich bringe ihn aus der Kamera raus. So. Ich bin der Eich fließen. Hat er überlebt? 4. Wie viele Zahlen waren es? Also 4, habe ich ja. 2, ja 4, okay. Also habe ich so überlebt. Ach so überlebt. Auch diese viel gerettet. Ja, ich muss ja im Moment nur mit einem Mannschreiter. Ey, ich kann ja jetzt nicht so chill machen. Ja, ich muss ja im Moment nur mit einem Mannschreiter. Ich muss mir rechts an, nein. Ich bin mir da. Das ist doch ein Stück. Okay, 4 waren es wieder. Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Mein Ding ist ganz allein. Ähm. Quare noch Hilfe. Oh, 12 von 12. Also alles was ich retten konnte, ist gerettet. Hm. Das muss ich jetzt. Okay. Das würde ich jetzt nicht sagen. Also ich würde nicht sagen. Ich muss jetzt sterben. Jetzt muss ich nur Postkampf einsammeln. Aber na gut. Dann bin ich eben mal gestorben. Schnell. Gut. Dafür bin ich aber schnell zurück. Schnell nach hinten. Ach, wieder weg. Hey. Okay. Jetzt wollte ich eigentlich nicht sterben, aber... Warum passiert mir so eine dumme Sache an meinem Ganzen? Ja, come on. Ich muss das mal richtig anpacken. Oh Gott, ne. Das ist jetzt zu... Naja. Aber... Wie lange nehme ich jetzt auf? Ich habe vergessen, für dieses Video, für diesen paar Hattentimer zu erstellen. 30 Minuten. Ich habe keine feste Aufnahmezeit. Ich nehme mal so... 15 Minuten, 15 Minuten, äh... 45 Minuten. Also warum ist das auch immer ganz unerschönig? Ich... Ich muss sagen, das muss es aber... Nein, ich nehme mal... Das hat jetzt was gemacht. Ach, da hinten... Den... 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 Wo... Oooohh... Oooohh, mei... Oh, wo sind sie so drum.... Da! Hey! Oder was? Das hab ich denn dann angemacht? Irgendetwas hab ich doch grad angemacht. Hallo? Was ist doof oder was? Ahhhh! Okay, ich bin wirklich dumm. Nämlich der Brunnen hier. Ich denk mir so grad, hey, hallo, was hab ich denn jetzt aufgemacht? Hey Mann! Keiner wäre ich verzeifelt. Hallo, alter Koppe! Da ist mein Koppe! Hey, hey! So, ich erfag mir jetzt alle. Ich mach's besser, ich mach's... Ich mach manchmal auf dem Brauchstuhl. Ja, alle! Hey, hey! So, danke. Er ist allerdings etwas schneller. Unterwegs. Ja, alle! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Ey, es ist seltsam, dass sie immer so... Vogel, na... Äh, ah! Es ist so... Es ist immer so... Wo, 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 wo? Wo, 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 wo? Oh, wo, wo? Ja, das darf ich jetzt noch, ne? Hey, das ist Ape! Ja, das bin ich. Ich bin Ape. Sieht man mich eigentlich? Ah gut, ich habe die Haare zusammen. Die haben sie sehr so offen. Ähm, jetzt ist nur die Frage bestätigt, ne? Mit meiner Belebung bist du außerhalb? Ähm, was muss ich jetzt tun? Das ist nur die nächste Frage. Ah, oh, ich bin doof, ich bin doof. Ich bin so doof, ich habe mich doch was für mich jetzt. Aber was ist das denn da dran? Okay, jetzt ist die Brunnen auf. Jetzt kann ich verwechseln? Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Ich bin doof. Und hier kann ich jetzt nämlich einen Kran bedienen. Oh, ich bin... memorabel ist ein Kran. Ja, ich bin so schön dell donde bin. Woher ist die Krone? Wir müssen den jetzt hier vorbei. Du bist nur... So lange es halt die Kappe Und dann Hilfe, Hilfe Okay 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 Wir sind jetzt alle gut, oder? Ja Wie sieht das aus? Sieht doch zumindest mal so aus wie vorhin Oder? Ja So Ähm Die Bommel Und zwar hier mache ich das immer folgendermaßen Ich mache es so Hier rüber Sterbe erstmal Und dann das ganze noch vor vorne Ich weiß nicht, das wollte ich eigentlich nicht Wo ist denn die nächste Lieder? Ja Hier oben Hier oben habe ich doch noch einen, oder? Das ist wohl schon hier Na gut, ich gehe mal hin Ab, 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 ab So Aber aus gehe ich jetzt Ähm Eigentlich und hier oben Jetzt müssen wir mal hier raus Denn das hat mir ja so angeordnet Da Es geht ab, nein Geh 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 Das war's für euch! Oh, das war's für euch! Das war's für euch! Ja, das war doch nicht so klar Fuck, wir müssen doch mal hochkommen Ähm, wie bin ich denn da noch mal hochgekommen? Ach so, ach du, Brunnen stimmt ja, da war ein Brunnen hier Da war ja der Brunnen hier Von hier aus gehe ich nämlich mit dem Rollstuhl Und dann mache ich das nicht so Schon eigentlich so, aber ich weiß nicht mehr so Ich will sie noch mal machen So, jetzt das ganze noch mal von vorne Und dann Und dann Und dann Und dann Und dann Okay Soll ich das noch aufnehmen? Ist eigentlich nichts, was passieren sollte Aber was passiert gerade? Aber was passiert gerade? Und dann möchte ich sagen Nein, 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 nein Oh, shit, 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 shit Ich habe ja mein Dings noch an Das meine ich nicht, dass man aus seinem Oh, nein, nein Was soll ich sagen? Geht doch weiter Ja Äh, da haben wir jetzt verfügen Ups Okay, da bin ich schon mal gefallen Hallo? Angriff Hör auf! Na, komm auf! So, und auch er ist rot Und Guck mal, das war er auch Und So, jetzt hat er kommt jetzt auch noch Äh Äh? Nun! Warum muss man da? Ist hier runtergerandert? Hallo! Bitte, wo ist denn das jetzt drauf? Was war denn das jetzt? Hallo, was war denn das für den Scheiß, oder? Mein Gott! Okay, und das ganze leider, leider nochmal! Wow! Wow! Ja, tut mir halt, aber wir müssen das ganze leider nochmal sehen! Wie ich mich hier gerade anstelle, mein Gott! Es ist geworfen! Sitze nochmal geholt! Sitze nochmal geholt! Also Rollstuhl, meine ich, in dem Sitz! Die beiden angelockt! Ja! Nichts engladen! Okay, das hat doch schon ziemlich schön! Ich dachte, die wären jetzt alle verrückt! So, komm her! Ja! Angleeeef! Angleeeef! Bitte, guys! Angleeeef! Gut! So! Nein! Ja! 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 Oh! Okay, ich glaube, das waren jetzt alles! Was war denn das Hebelnach noch? Achso, okay. Ähm, ja, ich hoffe ich muss erst mal Ape hier rüber. Hallo, Jungs! Hey, 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 hey! Alle, Marsch, mit rüber! Das Land ist jetzt, also die Luft ist jetzt rein. Ob die ganze Buße sich einsammeln. Manche müsste auch noch welche haben. Ja und so. Ich hab 15. Ich 21, er 15. Ja, umgelebt man nicht. Okay. Ach, warte mal, ich glaube hier oben ist ja auch noch ein Öster-Serventen, oder? Was ist hier? Was war das hier in dem Bildschirm? Ich glaub zumindest mal, ja. Ach, jeder einer. Okay, hör zu! Hey, das ist ich! Das Buß ist... bis zum geht nicht mehr. So. Ähm... Ich glaub, seine Anbewusstsein machen wir hier hin. Hier hin mit. Obwohl, ich hätte mit mancher auf dem Kran nichts benutzen können, aber scheiß drauf. Nein, warum train die doch so um? Okay. Hallo, Jungs! Hey, 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 hey! Noch mehr als Bußes! Oh, die Metz! Ähm, wir sind mit dem Anstrengenschlauch mal. Ob das... Ach, hier! So, dann mal Western. Dann das Brücker. Alle mal zuhören! Hey, 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 hey! Und... hinauf geht's. Oh, jetzt noch was Bußes. Warte, Stable! Oh, scheiße! Da... Oh, nee. Oh, ey! Okay, das war ja gut, das war ja gut, das war ja gut, das war ja gut, das war ja gut. Okay, an die Arbeit! So, und gerätet habe ich auch alle, oder? Ja, das ist mancher. Ah, hab ich hier irgendwo so ein Eidings in der Nähe? Nein, hab ich nicht. Ihr könnt jetzt mal hier warten. Ihr könnt noch kurz warten, dann suche ich mal so ein nächstes Eidings, was ist denn das? Da unten! Oh, da ist der Rutscher, hm? So, manch, da kommt es jetzt nicht. Manch, 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 manch. So, du kommst mit mir mit, wahrscheinlich. Ans Levelende! So, ab ans Levelende! Ich muss gerade sagen. Oh! Oh! Oh, okay! Oh! Mal gucken, ich bin jetzt dabei und ähm... Uuuuuhhhh... Okay. 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 Dann müssen wir sagen, passt das auf jeden Fall jetzt mit diesem Video für heute. Oh, war ein bisschen länger als gedacht aufgenommen. Und wenn euch dieses Part gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht im nächsten Video. Lasst da noch einen Daumen da oben da und ein Abo. Aber jo, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt... Oddworld Munch's Odyssey. Perfekt.